Jo mal Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online Wie man wieder sehen kann, sind wir wieder schön fleißig am Holzen, denn ich muss sagen, dafür dass wir kurz vor 14 Uhr hatten, war es doch relativ leer heute. Ich weiß nicht woran das liegt, dass es manchmal so voll ist und manchmal so leer, aber ich muss sagen, ich hatte diesmal wieder sehr viel Glück, denn ganze Holz war frei, genau wie die 2020-Videa, die war auch frei, die wurde dann später im Laufe der Folge, sag ich mal, bisschen voll, also da waren dann Leute, die auch rumgeschieden haben, dass jetzt die 2020-Videa-Spots oder halt Gruppenplätze frei hat, aber ansonsten, muss ich sagen, war es heute wirklich sehr leer. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, dass es jetzt so war, ob zufällig jetzt alle wieder arbeiten sind oder nicht, ist eine gute Frage, weil normalerweise ist es vor allem eine Uhrzeit, wo ganz viele Leute am Leveln sind, aber naja. Die Folge hat heute eine Stunde 20 ungefähr gedauert und wir haben auch mal wieder 35% geschafft, aber auch nur, weil wir die Schneeseite wieder hatten und somit sind wir jetzt im Endeffekt bei 85%, müssen wir also nur noch 15% machen, dann sind wir endlich Level 25, dann nochmal das Ganze, also nochmal ein Level lang Holz machen und dann sind wir fertig. Ich muss gucken, wie ich das jetzt mache, ob ich im Endeffekt vielleicht, naja, nochmal die 2020-Videa anfasse oder nicht oder Holz mache, wird sich sowieso wieder in zwei Tagen herausstellen, wenn ich einen Tag davor die Aufnahme wieder mache und dann gucke ich wieder spontan, was gerade unbedingt gebraucht wird, ob wir jetzt questen sollen, ob wir doch jeweils wieder WDH machen. Ist also immer, wie gesagt, unterschiedlich, ja, aber ansonsten läuft es ganz gut voran, muss ich sagen und ich freue mich endlich wirklich schon, wenn wir 125 sind und endlich die ganzen Quests abgeben können, sowie endlich mal dann, naja, abwechselnd wieder ein bisschen mehr haben, weil so haben wir ein ganz neues Levelbereich und haben dann nicht die ganze Seite die gleiche wie die Haars, ne, sondern sind dann zumindest auch wieder auf Insel eher unterwegs und, 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 und. Also, da haben wir zum Glück dann wieder Abwechslung, aber solange verbringen wir nochmal das Ganze hier, also noch ein Level lang, mit der Holz-WDH oder auch 22-Videa, da muss ich mal schauen. Jo, das wär's so von meinerseits erstmal, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch andeuten soll, dann würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hätte die Folge gefallen, wenn ihr dann, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten, aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum und damit würde ich sagen, vielen Dank für Zuschauer und bis zur nächsten Folge, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020